willkommen auf der Playstation 4 und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video live gestreamt gerade eben habe ich mal einen Versuch unternommen aber der ist total schief gegangen ähm ja habe ich vielleicht ein Stream beendet tut mir leid nochmal dafür und heute sind wir live on air hier auf YouTube mal gucken wie es die Internetverbindung heute zulässt wir spielen bis in GTA kann sein dass die Internetverbindung abbricht ähm ja und der Stream wird auch nicht irgendwie auf YouTube geladen so hier munter Nachricht Streaming live auf YouTube der junge Zocker hier wunderbar hier ZBC Clan so wir gehen jetzt mal gleich rein in GTA 5 ein Haus in den Hills so wir haben einen Zuschauer ich begrüße dich bist du etwa Montana Black 88 Spaß beiseite hier aber das ist voll cool hier ich kann hier sogar noch eine Kamera einstellen hier ich stream hier zum ersten Mal wunderbar drei Leute aber irgendwie komme ich gar nicht in Online-Modus rein ja ich bin ganz neu hier bei YouTube hier bei YouTubes äh Livestream aber jetzt mache ich ein bisschen länger so boah das dauert endlich bin ich drin das hat ja gedauert hier der Lieder von den Zombie Cowboys ist live auf YouTube so wer ist denn noch drin irgendwie sind keine klaren Mitglieder mehr drin hier hier seht ihr ja ZBC das bin ich ja und wen haben wir noch hier drin ne sonst weiter keiner drin hier perfekt so starten wir mal so das ist ja mein wunderbares Auto was ich hier habe ich habe neue Scheinwerfer rein gepackt das hat natürlich viele Vorteile weil wenn jemand mit einer Knarre auf mich zielt ist er erstmal schön geblendet und ja dann komme ich aus der schusssicheren Zone ja weil mich jetzt natürlich schon wieder viele anfeinden auch in GTA haben mich schon wieder viele abgeknallt ähm und mich beleidigt hier äh mit Montana Black Army und was weiß ich und da frage ich mich was für eine Armee was was für eine Armee Armee oder was sag mal kurz hi hi let's play Geilo was geht abonniert ihn alle he 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 sendet ihm eine Freundesanfrage auf der PS4 so so mein Messer mein Messer Maschallah mein Messer ist bereit Montana Black 88 ihr wie schon gesagt ihr dürft das Video was ich gemacht habe kopieren ihr dürft es auf euren Kanal laden ihr dürft alles mit dem Video machen ihr dürft Werbung schalten ihr dürft das machen ihr könnt Amazon links reinpacken macht was ihr wollt ihr habt die Erlaubnis sonst kriegt normalerweise könnte ich euch verklagen und so einen Scheiß aber das will ich gar nicht machen he he so Messer ist scharf Montana wo bist du bist du in Hamburg in einer neuen Wohnung oder was was machst du da hängst du da mit Elutrix ab den hast du doch vor die Kamera gezerrt so sieht das doch aus oder ja ich kenne dich Elutrix wollte doch immer sich nie wie live zeigen und dann kommt ein Montana Black an und dann muss er natürlich gleich mal Montana hey Elutrix du musst doch hier vor die Kamera man aktiv geil ja ja schön für dich komm her Elutrix muss man nur mal ein bisschen die Videos beobachten dann merkt man das schon so ok die Qualität der inneren Verbindung reicht derzeit nicht aus um das Spiel zu übertragen Leute es funktioniert nichts mehr ich muss den Stream beenden haut rein es war nur ein Versuch aber mein Internet ist wieder im Arsch bis dann euer YouTube Gamescom auf der PS4 Perfekt Zombie Clan wir machen euch fertig und die Herausforderung steht Montana Black bis dann officials auch bei ihnen und im 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 im